einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von einfach elektrisch ja wir sind in tessin bei rostock bei unserem partner autohausgebrüder müller das ist ja der händler unseres vertrauens und der hat den nagelneuen hyundai ioniq 6 wir haben ihn heute in der unique ausstattung mit heckantrieb rwd 229 ps großen akku 77,4 kilowattstunden und wollen mit euch mal heute eine klassische review mit fahrbericht machen um euch das neueste modell aus dem hause hyundai mal zu präsentieren in ein paar tagen folgt dann noch eine verbrauchsfahrt mit diesem fahrzeug das heißt da kommen kennzeichen dran dann geht es auf die autowaren 100 km h 120 140 160 km h wir machen den ladecheck 10 auf 80 prozent schafft er die 18 minuten der werksangabe und dann wird es noch ein drittes video geben wieder ein paar tage später wo wir ihn auch noch mal für euch mit dem ionic 5 vergleichen das heißt ihr seht wir haben jede menge mit dem ionic 6 heute zu tun und bevor wir los starten schaut ihr bitte noch mal nach ob ihr schon teil der einfach elektrisch community seid wenn nicht würden wir uns freuen wenn ihr uns mit einem kostenlosen abonnement unterstützt und im gegenzug verpasst ihr dann auch nicht die zukünftigen videos mit dem hyundai ionic 6 jetzt geht es aber los mit der review und dem fahrbericht und wie immer starten wir von außen starten von vorne schauen auf die frontpartie des ionic 6 steffen und ich bin richtig froh endlich mal wieder eine limousine und zwar eine limousine die es in sich hat cw wert 0,21 liebe freunde das toppt nur der mercedes eqs mit seinen 0,20 und den weltrekord für serien produzierte fahrzeuge ich glaube noch der lucid air ist ein bisschen besser aber der ionic 6 setzt da neue maßstäbe aus korea hier auch bei uns in deutschland wir sind ja mitte februar 2022 und haben ein futuristisches design und liebe ich und da freunde endlich auch matrix led scheinwerfer das heißt wir können teilbereiche auf und ab blenden in der fernlicht automatik wir haben das schöne pixel design was so aus dem ionic 5 kennen hier noch mal so ein bisschen verfeinert und insgesamt das kann ich schon vorweg nehmen seid gespannt hier gibt es viele viele positive veränderungen aber wie immer auch ein paar negative hier unten haben wir die flaps wo wir dann auch das thermal management bedienen können auf und zu um dann halt auch den akku zu kühlen oder den innenraum gerade bei sommerlichen temperaturen wird sich das öfter öffnen und für den guten cw wert haben wir hier auch air curtains die hier um das radhaus dann um die räder auch die luft verwirbeln sollen ihr seht es schon mich erinnert das auto so ein bisschen schreibt mir in die kommentare ob euch das auch daran erinnert an den saab 900 das war ja mal fadans lieblings fahrzeug so in den 90er jahren leider gibt es ja saab gar nicht mehr war auch ein guter premium hersteller schaut euch doch mal dieses antlitz an aber nicht von mir sondern vom neuen ionic 6 und da haben wir 4 meter 85 5 und damit auch gute 22 zentimeter mehr länger als beim ionic 5 schöne limousinen artiges design natürlich so ein bisschen der aerodynamik angepasst und optimiert und ihr seht den hauptunterschied der radstand ist fünf zentimeter kürzer als beim ionic 5 und die länge kommt hauptsächlich hier dann im heckbereich dazu addiert weil wir ja beim ionic 5 bekanntlich kurze übergänge haben hier schön auf winterreifen wintersport 4d von dunlop und wir haben digitale außenspiegel die werdet ihr optional auch dann beim ionic 5 bestellen können schön in so einem durchsichtigen design steffen schau mal wenn ich hier blinken würde dann würden man hier die leds sehen das sieht mega mega schick aus aber wir müssen später mal schauen ob das auch mega funktionabel ist oder ob da vielleicht auch ein paar dinge stören denkt da mal an den audi e-tron als stichwort versenkte türgriffe kennen wir schon wir haben das glas schiebedach was man öffnen kann optional leider kein rein reines glasdach in der möglichkeit das heißt stahldach glas schiebedach oder halt eben nichts weiteres ja schöne silhouette ich bin gespannt was ihr in den kommentaren dazu schreibt der ionic 6 ist ja auf der gleichen plattform entstehen wie der ionic 5 die teilen sie sich und ihr seht dabei wie variabel hyundai diese plattform zusammen mit kia konzipiert hat das heißt in dem radstand dazwischen liegen die 77,4 kilowattstunden unseres probanden ihr bekommt auch die kleinere variante dann mit 58 kilowattstunden dann als reinen heckantrieb mit 170 ps oder wenn ihr auch ein allrad haben wollt dann bekommt ihr auch ein allrad der hat dann nur den großen akku und aber 325 ps und damit auch 20 ps mehr als der ionic 5 wobei ich glaube dass sie das auch dort updaten werden herzstück der 800 volt technik ist dann ende auch der ladeanschluss wir haben hier ac laden dreiphasig mit 16 ampere 11 kw und wir haben dc laden mit bis zu 240 kw das wollen wir dann im zweiten video auch bei der verbrauchsfahrt herausfinden ob er dann unter 18 minuten von 10 auf 80 prozent lädt auch hier wieder schön gemacht auch mit dem elektrischen verschluss steffen das meint doch hyundai nicht ernst oder aber schau mal die ist durchsichtig ja aber wir sind 2023 dieses ganze technik zeug was da drin ist das hätte man doch auch wunderbar in die karosserien die außenspiegel integrieren können also ich bin ja kein freund von den haifisch flossen ja am ende gehen wir rüber zum heck weil wir ja auch am heck sind bei der haifisch flosse und da sehen wir im prinzip hier diese zwei theken man könnte sie liebevoll auch pommes theken oder currywurst theken nennen auf jeden fall gehen wir hier so terrassiert nach hinten wie gesagt die silhouette erinnert mich so ein bisschen an den saab 900 das muss ich sagen das polarisiert das ist geschmackssache schaut es euch meinen live an weil auf bildern und videos täuscht es so ein bisschen auf jeden fall haben wir hier auch wieder im heckbereich die pixel leds über 600 stück sind hier am ganzen fahrzeug verbaut dann auch unten im stoßfänger nochmal nebelschlussleuchten und rückfahrleuchten den finde ich sogar richtig schick gemacht den diffusor hinten aber ich muss sagen diese zwei theken ich weiß ja nicht was aber geil gemacht ist steffen weil mal da stehen ich zeig dir mal das bremslicht das geht nicht nur in so einer richtig schön durchgehenden led nach hinten sondern wenn du oben drauf schaust sind auch wieder diese pixel leds drin das ist schon geil also wenn da mal ein heli oder ein flugzeug rüberfliegt der sieht wenn der ionic 6 bremst der zweite punkt wo sich in meinen augen die geister scheiden ist dann hinten wenn wir die heckklappe öffnen warum wir haben ja hier einen klassischen sedan also ein stufenheck und ich hätte mir eigentlich so eine fließheckklappe gewünscht wie was beispielsweise auch vom tesla model s erkennen oder vom mercedes eqs leider haben wir eher hier so eine klappe ein bisschen größer als beim tesla model 3 und halt diese klassische stufenheckform stellt euch mal vor das würde hier alles hochgehen wie gut wir dann die 401 liter des kofferraums hätten beladen können steffen wenn du mal so ein bisschen näher rangehst das geht halt schon richtig tief unten rein und ich mit meinen 1,88 würde da hinten gar nicht rankommen übrigens der go e charger liegt hier nicht zur werbung drin sondern autohaus gebrüder müller hat gesagt wenn ihr stichwort einfach elektrisch sagt und bei ihnen ein hyundai elektroauto kauft dann bekommt ihr quasi ein go e charger mit in den kofferraum gelegt vielen dank gebrüder müller das ist eine tolle geste schon seit drei jahren für meine zuschauer das finde ich klasse wir haben hier nur ein kleines fach für equipment das heißt auch hier bekommt ihr wieder optional die möglichkeit vehicle to load zu bekommen das kennt ihr schon vom ionic 5 wo wir dann hinten in den ladeanschluss sozusagen das hier konnektieren können und die möglichkeit haben muss immer mal probieren wie es aufgeht dann hier eine schuko steckdose zu haben wo ihr bis zu 3,6 kW dauerhaft dem akku entnehmen könnt bis zum ladestand 20 prozent das ist eigentlich eine gute sache wenn ihr mal unterwegs grillen wollt oder eine kaffeemaschine betreiben wollen oder vielleicht auch einen akku eures pedelics vom auto ausladen wollt schreibt gerne mal in die kommentare wofür man vehicle to load alles noch gebrauchen könnte und wenn ihr sagt mensch 401 liter des kofferraums das ist ja ein bisschen wenig dann haben wir zwei möglichkeiten der fernentriegelung man muss ums auto rumgehen und kann dann die rückbank 40 prozent auf der fahrer seite und nochmal wenn man den hebel auf der beifahrer seite zieht dann auch 60 prozent logischerweise um auf 100 zu kommen auf der beifahrer seite umlegen angabe habe ich nicht gefunden wie viel stauvolumen wir bekommen ich denke mal wahrscheinlich so plus minus 800 900 liter in der durchreiche was mir fehlt ist dann in den 60 prozent in dem mittleren teil der mittelarmlehne nochmal so ein fach um einfach mal lange gegenstände oder ein paar skier durchzuleiten das hätte mir ja gut gefallen das hätte nicht viel mehr gekostet aber wesentlich mehr nachhaltigkeit gebracht und übrigens was elektrisch aufgeht steffen geht elektrisch zu wahnsinn oder und zu recht werdet ihr sagen mensch olli 401 liter für vier erwachsene auf reisen das ist nicht viel das hatte ich auch in meinem 1993er golf 3 den kann ich sagen was ihr nicht hat in eurem 93er golf 3 ist auf jeden fall mal hier vorne die möglichkeit auch einen frunk zu haben und der hat so gute 56 liter stauvolumen finde ich richtig klasse da hat man einfach die möglichkeiten des elektroautos genutzt und den stauraum dann halt auch zum beispiel für gepäck zu verwenden ich nutze es ja sehr sehr gerne für mein lade equipment für meine ladekabel hier würde man auch theoretisch ein mobiles ladeset da rein bekommen plus ein typ 2 ladekabel das ist halt praktisch gerade im winter oder auch bei regen wenn das alles klar dann nass ist so durch den schmutz über der straße liegt dass man es halt nicht zu seinem sauren gepäck in den raum tut sondern halt hier nochmal die möglichkeit hat und das kann man später mal auswischen oder ihr macht sport und habt nasse jogging schuhe so wie ich bin ja jeden morgen mit meinen 99,9 kilo am joggen dann kann ich die einfach so zack zack da reinschmeißen das einzige was hier fehlt ist so ein kleines löchlein damit das wasser abläuft das haben wir nicht aber steffen was wir haben ist koreanischen stahl drei zwei eins satt steffen das ist gar kein schwarz das ist irgendwie so aubergine ich dachte erst dunkelblau ich glaube wenn die sonne rauskommen würde hier mitte februar dann würde man das richtig gut erkennen außen habe ich euch meines erachtens genug gezeigt lasst uns mal gemeinsam den innenraum anschauen wir sind markenbotschafter bei geld für e-auto und da könnt ihr für euer rein batterie elektrisches fahrzeug oder eure rein batterie elektrischen fahrzeuge wenn noch nicht geschehen die thg-quote beantragen und das ist total einfach indem ihr einfach nur unten in der video beschreibung mal nachschaut da habe ich euch ein paar informationen zusammengetragen und den link zu geld für e-auto das geht sowohl als privatperson als auch als unternehmer und da habt ihr dann die möglichkeit euch entsprechend zu registrieren von eurem batterie elektrischen fahrzeug oder euren batterie elektrischen fahrzeugen die entsprechenden kfz scheine mit der vorder und rückseite hochzuladen in der regel dauert das keine fünf minuten und dann übernimmt geld für e-auto alle weiteren prozesse von der entsprechenden beantragung über der entsprechenden vermarktung und zahlt euch dann nach erfolg die entsprechenden prämie oder prämien auf euer konto aus wenn euch das gefällt schaut da bitte nach in der video beschreibung nach geht da gerne auf unseren link und wenn ihr unseren link nutzt dann unterstützt ihr natürlich auch diesen kanal und dafür sage ich herzlichen dank lasst uns chronologisch beginnen mit der türverkleidung und da haben wir natürlich die hochwertigsten recycelten material ich nenne es auch kunststoff und hartplastik so ein bisschen dann noch mal mit einer led illuminiert und so ein bisschen geriffelt damit sich das licht dort gut widerspiegelt hier haben wir wie so ein ja ich weiß es gar nicht kunstleder kunststoff so ein bisschen unterfüttert vom bose sound system noch mal eine verblendung und unten halt wieder ein schönes kleines fach wo noch nicht mal eine 05er wasserflasche richtig platz findet dann auch nochmal mit so einem halb durchsichtigen kunststoff ich muss euch sagen bei den preisen in der elektromobilität hätte ich mir da schon ein bisschen mehr wertigkeit gewünscht aber es gibt halt einige von euch die sagen ist mir doch egal was da ist was auf jeden fall da nicht ist ist die fensterheber bedienung die ist an einem anderen ort wir haben das alles schlicht zurückgenommen auf die sitzmemory funktion optional und wo das andere sich befindet das schauen wir uns jetzt gemeinsam an herzlich willkommen im innenraum des ionic 6 und da muss ich sagen hat man ja schon die guten dinge aus dem ionic 5 hier im fahrzeug entsprechend veredelt wir haben das unten abgeflachte lederlenkrad das fühlt sich auch richtig gut an ich glaube aber das ist ein kunstleder und wir haben endlich wieder haptische tasten und haptische bedienung hier ist übrigens noch so eine kleine spinnwebe einer koreanischen wasserspinne wahrscheinlich mit drin und schaut mal hier in der hubtaste die funktioniert haben wir hier so leuchtelemente leuchtdioden die uns dann mit uns kommunizieren farblich als auch nicht farblich finde ich ganz genial drive mode schalter wir haben hier den fahrstufenregler wischer links den blinker mit dem fahrlicht und wir haben schönes großes fahrer display plus optional noch ein gutes head-up display das gefällt mir richtig gut in der mittel haben wir schöne infotainment display auch alle schick und endlich schwarz eingerahmt mit so einem schönen silbernen rand sieht viel viel wertiger aus beim ionic 5 in meinen augen wir haben die gute bedieneinheit der klimaautomatik in verbindung mit den schnellwahlknöpfen dann für die haupt menü systeme plus einen haptischen laut und leise regler finde ich ja immer klasse weil man das während der fahrt gut bedienen kann 64 prozent state of charge das ist die ausgangsbasis um mit dem ionic 6 jetzt mit euch nach münchen zu fahren wir bedienen die sprachbedienung per knopf fahr uns nach münchen zum viktor algenmarkt das geht zügig das geht fluffig und er müsste natürlich auch feststellen dass wir ja mit dem akkustand nicht bis nach münchen kommen und das kann der ionic 6 jetzt neu auch die ladeplanung integrieren sehr schön das heißt jetzt hat er schon mal die route und wird jetzt noch ladestation mit integrieren dass wir auf dem weg nach münchen da halt auch bestmöglich gelenkt und geleitet werden ihr seht es ladestation wurde hinzugefügt das soll beim ionic 5 durch updates dann auch noch erfolgen so dass dann alle ionic modelle wohl auch diese option bekommen sollen ja wir suchen uns hier mal so raus war mit dem finger da kennt ihr ja so meine gedanken zu der wischtechnik er hat zwei ladestationen hier mit eingeplant dann für unsere route nach münchen hier fehlt mir irgendwie so ein bisschen die übersichtlichkeit mit welchem akkustand komme ich da an wie lange muss ich da laden da fehlt mir hier irgendwo so ein infomenü vielleicht gibt es das und ich weiß noch nicht wo es das gibt ich weiß es nicht aber ich muss euch sagen das ist auch wahrscheinlich eher was dann für den geübten ionic fahrer da muss ich sagen das macht mercedes als auch bmw vielleicht sogar etwas deutlich besser jetzt haben wir hier glaube ich sogar noch mal so eine leichte übersicht steffen jetzt rechnet er wieder man muss wahrscheinlich schnellste gerät hier einfach guck mal muss einfach nur ein bisschen geduldig sein da hat er uns ein embw rausgesucht okay ist auch verfügbar und hat uns hier noch mal ein alego rausgesucht auch das wahrscheinlich hilpolstein das ist ein ganz besonderer alego standort also da muss ich sagen das macht das schon ordentlich und ich glaube mit so ein bisschen fein tuning wird das was schon da also auf jeden fall erstmal daumen hoch dass wir jetzt auch die ladeplanung integriert haben was hyundai glaube ich gut gelöst hat ist in der ergonomie die monitore für die digitalen außenspiegel die sind schön an der a-säule integriert die sind eigentlich da relativ perfekt und relativ nah da wo man sonst auch vom blickwinkel hinschauen würde das werden wir gleich dann bei der fahrt mal ausprobieren und euch zeigen wie gut das funktioniert abschließend zum armaturenträger hier wieder das ausziehbare handschuhfach das hat mir schon im yoniq 5 gefallen und ich zeige euch gleich auch noch mal hier die mittelkonsole ausführlich was mir sehr sehr gut gefällt ist die mittelkonsole wir haben zwei ebenen die untere ebene mit einem riesengroßen staufach da passt auf jeden fall mal eine ordentliche handtasche der dame hin und vielleicht auch das herrentäschchen des gedeckten herrn wir haben hier induktive lademöglichkeit usb anschluss zwei becher halter und haben hier zentral dann die einheit für die zentral verriegelung auto holt und die elektrischen fensterheber sowohl die sperre für hinten hier noch mal ein kleines fach weil wir auch die innengeräusche mit euch messen wollen finde ich auch gut gelöst da würde auch kleingeld reinpassen und wir haben ein großes staufach wo dann sogar auch eine große flasche rein passt mit zwei usbc anschlüssen auch das ist wie ich finde gut gelöst so dass wir hier eigentlich die variabilität des elektroautos im innenraum perfektionieren schöne ausgeformte sitze bieten guten seitenhalt eine schöne sitzauflage auch von der länge lassen sich auch in mehrere richtungen entsprechend verstellen und da muss ich sagen auch das so perforiert dann optional auch mit sitzbelüftung sitzheizung das ist richtig richtig klasse und highlight für mich ist ja immer dann das glas schiebedach steffen schau mal der frühling naht ja bald wir sind mitte februar wo wir nicht nur die sonne uns herein holen sondern auch die frische luft ich muss dir sagen je mehr ich das design sehe steffen gefällt mir so diese linienführung dieses ja vielleicht so ein bisschen außergewöhnliche schwenkt doch mal rechts darüber wenn wir da die ganze verbrenner faktion hier der gebrauchtwagen mal sehen ja das kennen wir alles da ist doch der hyundai ioniq 6 irgendwie mal was was hervorsteht es gibt ja viele menschen die auch gerne mal vielleicht mit ihrem auto ein bisschen hervorstechen und da ist natürlich auch praktisch gerade wenn man mit vier erwachsenen personen verreisen möchte wie sind die platzverhältnisse hinten steffen liebts ja immer passt der olli durch die hintertür auf die rückbank das wollen wir jetzt mal testen ja mache ich ja steffen du hast recht ich habe hier vielleicht so eine handbreit noch luft mit meinen 1,85 m auf der rückbank geschuldet der abfallenden c säule also der dachlinie zur c säule ist natürlich hier hinten etwas weniger platz aber ich sitze hier äußerst komfortabel schau mal bitte was ich hier für ein bein abstand habe das erinnert mich an den mercedes eqs und der fahrersitz ist ganz hinten ganz unten also sie hast du wirklich mega mega platz alles durchgehen keine kadern tunnel irgendwas also man sieht ein rein batterie elektrisch konzipiertes fahrzeug schöne mittelarm lehne zwei becher halter leider nicht das durchlade fach um hier mal lange gegenstände oder skier durchzuleiten zwei usbc anschlüsse lüftungsdüsen hinten alles top und zwei kinder isofix befestigung was ich immer noch geil finde wenn man auf dem beifahrersitz vielleicht noch eine dritte isofix befestigung hat und guck mal hier im ionic paket kann ich sogar den sitz noch nach vorne und nach hinten verschieben von hinten aus also das wäre vielleicht sogar mal ein auto steffen was meinst du so als einfach elektrisch mobil wo ich mich hier hinten schön rein lege und du mich schön mit 325 ps oder vielleicht dann später mal in so eine n edition die vom ionic 5 soll ja im sommer kommen dann so performant irgendwo hinfasst was sagst dazu an sich immer eine geile idee aber warum liegst eigentlich immer du hinten und ich muss fahren warum nicht mal andersrum steffen hat mir einen guten hinweis gegeben ihr bekommt beim ionic 6 das hatte ich vorhin vergessen auch noch 1,5 tonnen anhängelast optional mit 100 kilogramm stützlast ist ja wichtig wenn man vielleicht mal ein fahrradheckträger mit schweren pedelics haben möchte und ihr könnt auch bis zu 80 kilo dachlast noch benutzen so dass ihr da auch noch mehr variabilitäts möglichkeiten habt steffen du hast du gesehen der hat sogar doppelverglasung hier guck mal wahrscheinlich optional ne booses sound system einfach wieder gut oder bist du fertig mit rauchen ja ja lass uns doch den fahrbericht jetzt machen komm steck ein geht los wir fahren mit dem ionic 6 heck angetrieben 229 ps und dem großen akku und ich muss sagen steffen es ist echt leise hier drin vom ersten gefühl also das auto scheint wirklich gut gedämmt zu sein ich weiß nicht was hier so rum bimmelt und bemmelt und ich muss sagen man muss sich erst mal so ein bisschen an die digitalen außenspiegel gewöhnen weil man ja automatisch immer noch dazu neigt dann nach draußen zu schauen aber das ist wahrscheinlich eine gewisse gewöhnungszeit wir wollen mit euch hier gleich mal in tessin auf einen großen edeka parkplatz fahren um mit euch auch mal hier das 360 grad system zu schauen guck mal steffen jetzt wieder der todwinkelhelfer finde ich ist ja auch ganz gut gemacht dass wir hier mal bestmöglich einparken können und ich sehe sogar ein hyundai tuxon so dass wir innerhalb der family gleich einparken können schönes auto da haben wir doch so ein tolles video gemacht mit dem plug in hybrid ist glaube ich das zweitmeist geschaute video bei einfach elektrisch ja wir wollen mal die systeme testen indem wir jetzt hier in den rückwärtsgang schalten wir haben ja das 360 grad kamerasystem verbaut und wollen natürlich auch blinken wie sich das gehört und jetzt gucken wir mal mit den außen spiegeln da sind auch hilfslinien drin film da mal rechts rüber steffen ich weiß gar nicht was das bedeuten soll hier von den hilfslinien auf jeden fall kommen wir hier guck mal würden wir über die bordsteinkante kommen das heißt man muss sich hier wirklich so ein bisschen umgewöhnen hier haben auch so hilfs leds wo er dann so ein bisschen hin und her blinkt das ist ja alles so ganz nett gemacht guck mal hier siehst du auch das vorderrad wenn du vorwärts fährst und jetzt können wir hier schön performant rückwärts einziehen auch die außen spiegel alles schön digital das ist super guck mal steffen du siehst auch genau wo wir hinkommen aber es ist so ein bisschen gesungen guck mal wenn du hier so schaust wir den außen spiegeln da ist das gefühl du dich da schon drüber hinaus also vom winkel muss man sich wirklich dran gewöhnen guck mal steffen hier die rote led zeigt an fahr nicht mehr weiter auch hier hat schon da finde ich gute sachen entwickelt was einem sofort auffällt ist dass diese bildschirme durch das vorbeifahren immer so einem im augenwinkel so ein bisschen flimmern daran muss man sich wahrscheinlich gewöhnt ist auf jeden fall für mich mal ungewohnt ich will gar nicht mal sagen dass es mich stört ich glaube im dunkeln könnte es vielleicht sogar störender sein je nachdem wie hell die außen spiegel displays an sind aber es auf jeden fall mal eine neue erfahrung ist halt die frage ich glaube außen spiegel bringen so beim cw wert so 0,5 bis 1 prozent punkte ob sich das halt immer digital lohnt da würde ich gerne auch mal eure meinung in den kommentaren zu wissen seid ihr freunde von digitalen außen spiegeln oder sagt ihr komm lass mal schön analog bleiben steffen das sind hilfslinien da wo rotes ist das ende des fahrzeugs und orange ist dann wahrscheinlich noch wo man noch ein bisschen zurückfahren kann guck mal wir fahren jetzt kopfstein pflaster 30 kmh das macht ordentlich straff komfortabel hier klappert nicht wirklich was hier klappert in wirklichkeit nicht viel ich muss sagen das ist völlig okay wir werden jetzt hier noch mal kurz den wendekreis machen das sind so gute elf meter in der werksangabe opfer hier durch tessin wunderbar wenn können in eins rum kommen zur not ditschen wir halt da die stange um das wird den markus müller auch nicht stören passt aber also ich muss sagen das macht er echt ordentlich der jundai oder wir wollen mit euch die innengeräusche messen und fahren mal 50 kmh 58 59 dezibel da muss ich euch sagen dass es ein sehr sehr guter wert erinnert euch mal so ein vw id 3 kia eniro lag so bei 60 61 dezibel auch da hat ich und da scheinbar geschafft noch ein bisschen besser zu werden wir haben beschleunigt auf 70 kmh und wollen mit euch mal die innengeräusche messen 63 64 dezibel ein top wert zum vergleich vw id 3 kia eniro lagen dabei 70 das ist ein riesen unterschied 56 dezibel das ist schon fast ein niveau was war aus der mercedes s klasse kennen und gleich gehen wir dann noch mal auf 100 kmh wir haben auf 100 kmh beschleunigt und wollen die innengeräusche überprüfen 69 70 dezibel auch da ein top wert da sind wir beim vw id 3 und auch beim kia eniro bei mitte 70 gewesen also ihr seht die doppel verglasung mit der folie dazwischen leistet auch ein beitrag für ein gutes geräuschniveau hier im ionic 6 ich habe mal auf sport geschaltet und wir wollen mal so richtig hier raus beschleunigen und da muss ich sagen machte heckantrieb auch eine gute figur beschleunigt zügig am stück so wie wir es kennen und ja man muss nicht zwingend den eilrad antrieb mit seinen 325 ps und über 600 newtonmeter drehmoment haben ich glaube auch der heckantrieb mit dem großen akku könnte eine sehr sehr effiziente variante sein das werden wir dann im zweiten video mit der autobahn verbrauchsfahrt auch herausfinden ich werde jetzt noch mal auf 60 gehen steffen schau mal das war hier mal so eine typische elastizität noch mal anschauen und da drücken wir rein 70 80 90 100 das ist glaube ich völlig in ordnung und ich kann zurückschalten in echo wir fahren mit euch auf die autobahn und wollen natürlich auch noch mal hier mit euch schauen wie gut funktionieren die assistenzsysteme damit gemeint dann halt auch der abstandsregel tempomat wir haben den autopilot hier den highway drive assist mal für euch eingeschaltet das heißt wir haben die lenkunterstützung die spurhalte als unterstützung wir haben den abstand den wir hier in mehreren stufen dann halt auch entsprechend regeln können ihr seht das hier auf dem display und wir sehen auch schön auf dem display andere fahrzeuge auch das hat sich gut hier erweitert wenn ich das lenkrad los lasse muss ich sagen macht der highway drive assist auch schön die mitte der spur haltend da haben wir immer mal glaube ich noch beim ionic 5 steffen aus erinnerung so ein bisschen unterschiede gehabt er soll ja auch prädiktiv sein jetzt auf der autobahn dass er geschwindigkeitsbegrenzung erkennt und dann automatisch die geschwindigkeit entsprechend anpasst das sind ja alles wichtige funktionen die uns dann teilautonom hier auch während der fahrt unterstützen soll ich muss ja sagen steffen hier so bei 111 kmh das ist schön leise wir gehen mal auf so eine richtgeschwindigkeit 130 kmh viele von euch nutzen das ja auch als reisegeschwindigkeit und auch da muss ich sagen steffen oder kaum windgeräusch vielleicht so ein bisschen über die a-säule kommt aber der wagen ist sehr sehr leise und hält wie gesagt auch wirklich gut die spur und erstaunlich wenig gebimmel und gebämmel für ein koreanisches fahrzeug lasst uns zum fazit des hyundai ioniq 6 kommen tolle limousine tolle platzverhältnisse guter fahrkomfort eine gute mischung auch aus komfort und straffheit und man fühlt sich hier als fahrer sehr sehr wohl was gewöhnungsbedürftig ist in meinen augen sind die digitalen außenspiegel da wüsste ich jetzt ad hoc nicht ob mir analoge oder digitale besser gefallen wahrscheinlich ist es auch ein stück weit die gewohnheit wir werden ja dann im zweiten video noch mal den verbrauch und den ladecheck machen verpasst das nicht das video wird in ein paar tagen folgen um dann das gesamtbild des hyundai ioniq 6 auch so ein bisschen abzurunden ich bin positiv beeindruckt was vielleicht als schwäche so ein bisschen sein könnte ist der sedan der stufenheck die heckklappe mit der kleinen beladungsluke dann für die 400 liter kofferraum da muss ich ehrlich sagen hätte ich schon mir 500 liter gewünscht um auch mal mit vier personen schöne urlaubsreisen anzutreten weil wir sollen ja hier eine gute effizienz haben daraus resultieren aus dem großen akku auch eine gute reichweite er soll schnell nachladen können und damit ist er vielleicht auch der perfekte reisewagen dann für uns auf der langstrecke und da bin ich gespannt wie er sich dann im zweiten video schlagen wird und damit sind wir auch am ende des heutigen videos mit dem ioniq 6 angekommen in ein paar tagen folgt die verbrauchsfahrt mit dem ladecheck und wiederum ein paar tage später dann auch noch mal der vergleich mit dem ioniq 5 deswegen kann ich euch nur empfehlen denkt mal über ein abonach bei einfach elektrisch das ist kostenfrei aber ihr werdet dann benachrichtigt wenn die neuen videos online sind ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen ich hoffe das video hat euch gefallen ihr bewertet mit einem daumen hoch und bleibt gesund bis zum nächsten video euer olli